Ähm... Oh! Achso, ich dachte, es ist ein Geist zu einsammeln. Hallo? Danke. Nahkampf? 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 Nein. Nein. Warte mal. War das nicht in der Steuerung irgendwo der Nahkampf? Oh, das finde ich jetzt ganz doof, ne? Nahkampf wäre eins. Boom. In your face. Oh, oh. Vorsicht. Das ist echt wurscht. Cool. Oh nein, doch nicht. Sackgesicht. Ich glaube, das Sessionsgewelle ladet doch auf, oder? Die Schuss. Müssen wir jetzt ausprobieren. Ah, eine Schrotemission. Geil. Wow. Oh. Was du kannst, kann ich auch. Wo ist er? Ah, da unten. Was ist er? Wo ist der andere? Da unten ist er. Alter. Ah, dann feuerische Glück hier. Shit, top. Ach, dann. Feuer ist deine Schwäche, baby. Hä? Was bist du für ein Centurio? Deine Mama war härter. Oh, oh. Nächstens ein bisschen Munition. Und was mit mir sonst noch schön ist? Oh, Sprengköpfe. Zuerst komm ich zu euch. Lass mich rein, Mann. Ne? Gut. Wie schaut's mit dir aus? Auch nicht. Ah, Mann. Ah, Mann. Na, da drüben sich noch Feinde. Alter. Schmeckt doch mal, wie groß das Ding ist. Das muss ihr Kommandoschiff sein. Ich hätte mal gesagt, das ist wohl ein bisschen hin, oder? Ja, das hätte ich noch mit einem Falle kommen können. Ich bin kein Problem. Na, kommt rein in meine Pauble. Ach, wie ist der, wie liegt der bei der Feuerschwäche? Ach. Oh! Atsch. Sie greifen nicht nur die Stadt an. Schaut er den Reisenden an. Welchen Reisenden? Wovon reden die jetzt? Im vorigen Teil war noch wieder Reisender, oder? Hat er nicht irgendjemand eine Munition liegen lassen, oder habe ich die schon wieder aufgesammelt? Okay, ich glaube, die habe ich schon. Ich weiß nicht, gibt es das Secrets oder sowas? Da komme ich, glaube ich, nicht hin. Huh. Wir probieren sie mal. Huh? Huh? Yes! Nein! Da war eine unsichtbare Wand. Oh Mann! Oh Mann! Toll, voll hängen blieben. So. So. Aber jetzt bin ich. Boah! Ich habe es einmal sack angestellt. Das ist eine Sackgasse! Wir müssen wieder in die Schlacht! Alter! Keep cool, Ghost! Was war denn das jetzt gerade eben? Aber könnte ja sein, dass da irgendwas liegt. Weißt du, ich meine, der fährt mich da gleich voll nieder, Mann. Kann auch nichts dafür. Ich werde das jetzt nicht verabschieden werden. Okay, mein Geist identifiziert diese Kabale andauernd als Rotlegion. Korra, weißt du was? Nur Gerüchte. Sie sind eine Eliteeinheit der Kabale und bis in den Tod loyal ihrem Commander gegenüber. Aber das ist irrelevant. Sie greifen den Reisenden an. Wir müssen sofort zu ihm! Oh ja. Negativ! Der Reisende kann warten! Wir werden unser Volk um jeden Preis schützen. Nein, der Reisende ist die Hoffnung. Der Reisende? Was ist dieses Teil, das sie an ihm befestigt haben? Alter, da geht's rund. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh, deine Mami 0,7! Yes, Sir! Alter! Na toll, und den kann man schon wieder überleben. So, das reicht. So, das reicht. Ah, Föhnchen! 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 Die Rotlegion ist gut ausgebildet, aber wir sind besser. Wir halten die Stellung, bis der letzte Zivilist in Sicherheit ist. Eine Lämo. So. Warte jetzt nicht! Warte jetzt nicht! Angriff! Wurde mein Schild! Leute, ich komm mal zu euch! Sie dürfen das Tor nicht erreichen! Die Rettungsshuttle sind da drüben! Na toll, der hat sich wieder belebt! Ja, rennen wir vor die Nase mal an! Ich weiß, ich habe keine Granaten. Ist das geil, weil wir sind online. Jungs und Mädels. Nein. Wahrscheinlich heißt so viel wie auf der Egemin 3, oder? Ah, Angriffe abgewehrt. 1 von 3. Wir halten die Stellung. Das Kommandoschiff kommt als nächstes. Hallo, hübscher Mann. Raketen! Bleib innerhalb des Schilds! Bist du gebläffert? Noch mehr Roh-Legionäre! Zeig ihnen, was ein Hüter ist! Oh Alter, ich wollte dich gerade wiederbeleben, Mann. Das ist ein Hüter ist. ,... ... ... Der ist da legioniert, du. Was ist denn? Ikora, finde den Sprecher. Wird gemacht, Commander. Ich muss jetzt erst einmal das hinterlaunzen. Vielleicht haben die Munitionsmöglichkeiten. Ach nein, nichts. Ah, da. Ah, und da. Na bitte. So eine Online-Action ist doch schon geil, oder? Hey, Popper. Hallo. Ach so, ich mein... Hallo.